Du weißt flexen statt schätzen! Oder, no shit Sherlock, das weiß ich. Oh ja, das ist gut. Oder, nein. So. Uh! Heute ist der Stern total fest! Ey, das wird so cool! Ja, ja, weiß ich. Okay, das ist cool. Ich hoffe, da ist irgendwas Neues passiert. Wenn nicht, dann gut gemacht, Eric Beryl. Du bist mega cool. Wir sehen uns dann an diesem Tag am Sternen-Tal-Tal-Sternen-Tal-Sternen-Tal-Tal-Volksfest. Boah, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte, bitte. Ey, bitte. Was ist weg? Was ist weg? Sag mir. Ja! Leider ist das Schleim weg, aber sonst... Ja. Oh, fuck. Ähm, achso, scheiße. Ah, ich muss hier jetzt nach Hause. Scheiße. Boah. Alter, wirklich. Alter, wirklich. Ich hab richtig reingekackt, Mann. Wir sehen uns morgen. Okay. Ähm... Okay. Ähm... Was? Wie viel kostet das? 2000, okay. Ich brauch 3000, okay. Oh, wow. 3000. Ähm... 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 Das ist schlecht. So. Ah, das ist meins. Okay. Oh. Okay, dann muss ich erstmal noch mit... ...hier robben. Ah, da ist der sogar... Oh Mann, also ich hab ihn gar nicht gesehen. Und wo ist Linus? Oh, Linus. Oh, schreiße, wo ist Linus? Ich glaube, Lin... Ah. Oder Linus? Oder? Äh, nein. Wo ist Linus? Ich finde... Ah, da ist Linus! Diese Tiere beurteilen möchte nie nach ihrem Aussehen. Von Menschen kann man das nicht gerade behaupten. Oh Mann, tut mir leid, Linus. So, dann gehe ich erstmal ein bisschen verdienen. Okay. Bevor ich jetzt die ganze Zeit weitermache zu spielen, kann ich ja noch das hier machen. Mhm. Yep. Was geht's? Ja, geh rum. Okay. Oh, das wird traurig, Mann. Warte mal, ich hab ja noch nicht mit... Viel Glück. Oh ja, geil, Mann. Und wird schon schief gehen. Okay. Ja, stimmt. Ich hab keine große Hoffnung. Die Fische sehen nett aus, aber sie riechen nicht besonders gut. Oder du hast so ne... Goldmakrele, Mann. Okay. Okay, das geht's. Du hast den ersten Platz mit einer Bewerbung von 100 erreicht. Juhu! Vergiss nicht, deine Auslage einzusammeln. Ich hab... Oh Mann, Alter. Das ist... Wow. Die Musik nervt schon ein bisschen. So. Ähm... Nein! Ich brauch... Ein... Okay. Erstmal Sternfallfrucht. Boom. Oh. Oh. Alter. Jetzt... Ah, das kann man gar nicht sehen. Dann spiel ich noch ganz kurz das hier. Okay, wie geht's überhaupt? Ich hole dir noch. Jetzt... Oh. Oh. Okay. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Oh man. Oh, wow. Das reicht natürlich nicht. Oh, scheiße. Ja, spiele ich noch mal ganz kurz. So. Wuhu. Aha. Okay, ähm, ich brauche aber nix mehr, oder? Vielleicht nix mal das hier, aber sonst. Nice. Vielleicht esse ich noch einen Burger. Warte, ich will mit Dingens reden. Mit den Afrikanern. Ich kann nicht mal ein bisschen mehr von diesem Grill-Sandwich nehmen. So voll. Oder, wieso gibt's hier diese... Okay, ist egal. Ich kann einfach jetzt nach Hause, okay? Ja. Wuhu. Ach, jetzt kann ich hier... Aha, so. Ähm, okay. Ich brauche sonst. So. Da mache ich noch diese Türen zu. Plus drei sammeln. Oha, Alter. Okay. Ach so, das stimmt ja. So, warte mal. So, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Äh, bitte lasst ein Like da und abonniert mich. Äh, Spaß, Alter. Wir spielen weiter. Haha. Ähm. Ja, ich gehe einfach jetzt wieder in die Mine. Und dann werden wir irgendwann sehen. Oh, Scheiße. Es ist ja... Oh, warte mal. Ähm. Nein, 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 nein. Ich rede nur mit Robin und Linus. Zauberer. Zauberer kann ich wegschmeißen. So. Ja, okay. Wir sehen uns. Jetzt wirklich. Bitte liked das Video und abonniert mich. Ihr würdet mich damit sehr unterstützen. Ich werde euer Auge küssen. Ich werde euer Haustier küssen. Ich werde von euch alles küssen. Und jetzt gehen wir rüber. So, Leute. Nach der kleinen Werbung habe ich jetzt... Oha. Weiß jetzt nicht, ob ich die ganze Mission geschafft habe oder nicht, aber... Oh, Mann. Wo ist Linus? Linus ist einfach tot. Oh, Mann. Wow. Ähm. Ich bin wieder um. Ja, ich habe gerade keine. Okay. Oh, wow. Oh, wow. Okay. Okay. Oh, ich werde jetzt... Oh, ja. Okay. Ich gehe jetzt zu... Ja, ja. Okay. Zum Zauberer. Man, hältst du mich, oder? Glaube ich schon. Äh, dauert das lange. Ja. 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 Ah. Ja. 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 Das ist ja so, welche Lateanen. Ähm, was muss die denn noch machen? Alter, ist sie schon? Oha, ich muss noch zu diesem Meer. Ähm, ich muss noch zu diesem Meer sehen. Ähm, wir sehen uns morgen, okay? Das ist ja mega wenig! Ah nein, das ist viel. Alter! So, eine Entenfehler gibt's? Oha, das ist... Oha, 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 okay. Okay, das ist schon viel. Neutral, okay. Und morgen wird es nicht regnen, okay. Ähm, Caroline will Kurbel, ist okay. Okay, dann geh ich... Ja, dann werde ich erst mal zu Caroline. Oh yeah, man. Okay. Jetzt geh ich in die Mine. So. Ähm... Ihr wisst jetzt nicht, ich habe... Ich habe dieses Tag wiederholt, weil ich gestorben bin. Ja, ich bin gestorben. In der Mine. Und habe dann... Ich habe dann das hier verdoren. Diese zwei Sachen. Und dann wollte ich einfach den Tag neu starten. Das war einfach zu scheiße. Wirklich. Dafür habe ich jetzt dieses prismatische GD. Ja, fassbar. Hm. Hm, hm. Ne, warte mal. Woh, ich... Habe ich schon einen roten Pilz? Nein. Ah, doch. Okay, dann kann ich. Tsch... Tschach. Hm. Hm. Das ist meisen. Ich brauche sehr viel Kupfer. So, ich muss mal anfangen. Alle... Boah. Alle Items zu bauen. Das ist ja auch irgendwas mit 100%. Ich glaube, das Schwierigste wird wirklich das mitbauen. Weil du musst da richtig krass sein. Was hat das gerade? Hm. Die fressen auch hier... Oh, ich sterbe gleich. Ja. Weiter war nix. Okay. Okay. Ja, okay. Hm. Was? Wolkig mit... Ach, wieder Windböen, Alter. Ich hasse diese Windböen. Ähm. Okay, dann... Oh! Oh! So. Dann haben wir schon mal eine... Äh... Ja. So. Und, oder. Und... Was mache ich denn jetzt? Ah, warte, warte, warte. Warte... Nee, warte mal. Ähm. Ja, dann werde ich jetzt erst mal... Ja, dann mache ich wieder einfach die Mine. Heimstädter? Achso, man kann nicht jetzt... The Quest. Ich weiß einfach nicht, was das ist. Ich verstehe keine Gegenstände. Wow. Willst du mich verarschen, Mann? Alter, okay. Ich gehe jetzt in die Mine. So, das... Warte, kann ich da noch rein? Ja, doch. Hä? Ist zwar... Oh, okay, dann... Ja, okay. Ähm... Wir haben jetzt alles fertig. Wir brauchen jetzt in Ordnung... Die... Ähm... Schädel... Schädel... Höhlen... Schädel... Was? Ich weiß nur, dass es auf Englisch Skullcavern heißt. Okay. Wo ist Linus? Und Linus ist mal wieder... Die... Die Spawn, Alter. Das ist er hier? Der ist hier! Linus, was machst du denn so? Oh, ich habe noch der zu... Okay, morgen hat Robben Geburtstag. Das heißt, ähm... Wir geben ihr was Schönes. Nein! Nein, 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 nein! Ey, wenn du mich jetzt verarschst, Alter... Wenn du mir sagst... Na-ah... Robben ist am Arbeiten... Also, ich habe... Sie sollte eigentlich fertig sein, oder? Oder? Oh, Mann, ich habe Angst. Die ist am Arbeiten noch. Die ist am Arbeiten noch. Scheiße. Oh, Mann! Ey, das ist so... Ja, die ist immer noch am Arbeiten. Und ich kann ihr wirklich nichts schenken. Nee, oder? Robin, ich will dir was schenken. Okay, dann machen wir immer weiter. Oh, bitte. Bitte jetzt an der Batterie. Wow. Ja, das kaufe ich mir mal. Das ist gut. Aber du hast nur Scheiße zu verkaufen. Oder? Nein, nein, nein. Wart mal. Tschüss! Stupid Ass, Alter. Wenn YouTube mir diese dritte Funktion wegnimmt... Das geht um Over, Alter. Bitte, YouTube. Lasst mir diese dritte Funktion bleiben. So, ich liebe dich, Zauberer. Und der ist immer noch nicht mit mir acht Herzen, Alter. Der ist ja eigentlich... Der Zauberer heißt ja eigentlich... Irgendwas mit Mr. Rasmadayus oder sowas. Ah, Mann, Alter. Wirklich. Äh, geh mir mal zu. Ich hab für Robin Quartz vergessen. Scheiße. Oh, jetzt können wir... Achso, ja, ja. Oh, what? Wow. Das ist ziemlich nett von dir. Ja! Oh, ich hab die Treppe vergessen. Ich muss ja eh nicht in die Mine. Aber bei Schwere ich mich. So. Ähm, Fischen. Ich brauch jetzt... ...diese Schnecke. Die Schnecke kann man in so welchen... ...kleinen Teilchen. Okay. Ähm. Geht mal hierhin. Ein kleiner Süßverwandter des Hummers. Wirklich, Hummer? Er kostet einfach so ein Hummer 90 Euro. Hummerfleisch ist so zart und so lecker. Geht so gut angesehen. Ah, Mann, Alter. Ähm. Wir sind uns hier... Ah, danke. So. Wir sind uns gleich bei Babys. Wow. Ich hab ja gerade so gesagt... Hm, ich hab für Robin kein Geschenk. Junge Robin ist hier am... ...arbeiten, Alter. Ich bin so dumm, Alter. So, hat der YouTuber mich angelogen? Was? Was ist das? Hä? 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 Du hast etwas gefunden. Violette Glücksschorts. Davies sucht sicher danach. Woa! Was ist das? Woa! Woa! Alter, geh weg! Ah! Was war das? Was war das? Wow! Hä? Was? Was war das jetzt? Na? Was ist mit Levi's? Hm? Warte mal, was? Tiere im Hühnerstall mögen dich schneller. Tiere im Stall mögen dich schneller. Ja, dann Hirte. Hirte? Moose, es war Hirte! Naja, ist jetzt egal. Oh, wie cool, Mann! Wie cool, Lopo was 100 Mal ähnlich! kinda HAVE TO BRING 아니냘 seu neuropisch. ну, okay! Tja, ist ja, ist ja, ist ja! uhh, du war hier. 0